Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Seit vielen Jahren macht die Opposition im Stadtrat Vorschläge. Das nach der Kommunalwahl von der Verwaltung und dem Bürgerbündnis gemachte Angebot, den Haushalt konstruktiv mitzugestalten, bleibt jedoch unbeantwortet. Lieber wird gefordert und kommentiert, nur keine Verantwortung übernehmen. Lieber so tun, als ob. Kooperation anbieten und, wenn es konkret wird, aus dem Gebüsch heraus mit alten Stichwortgebern, die Vorschläge der anderen schlechtreden. Beispielgefällig? Einerseits wird gefordert, die Stadtgesellschaften sollten effektivere Leistungen für die Bürger und einen höheren wirtschaftlichen Ertrag für den Stadtsäckel erbringen. Andererseits wird kritisiert, wenn die Verwaltung die städtischen Betriebe auffordere, wirtschaftlichere Angebote auch außerhalb der Stadtwerke einzuholen, verhalte sie sich wie ein schlechter Stiefvater. Wettbewerb? Unerwünscht. Einerseits soll in der Krisensituation niemand bluten. Lieber vertagt man das Bluten. Lieber schlägt man ein Frankfurter Konjunkturprogramm vor. Dann blutet eben die nächste Generation. Schließlich hat man darin über 40 Jahre praktische Erfahrung gesammelt. Und schon damals hat man die Bevölkerung für blöd verkauft. Nach 20 Jahren kann man es ja mal wieder versuchen. Versuchen, ob es inzwischen doch wieder klappt, die Leute zu verdummen. Müssen wir uns also für Frankfurt schämen? Nein. Denn es gibt wichtigere Fragen. Zum Beispiel die Probleme im Asylbewerberheim. Sie sind erheblich vielschichtiger als die genannte platte Politanbiederung. Hier vermisse ich klare Kante. Auch von der Rathausopposition. Denn das Problem ist nicht nur ein menschliches. Es ist vor allem ein rechtliches und damit ein wirklich politisches. Vollzieht man, wie hier in Frankfurt, die nach der Abschiebung und nach deutschem Recht und Gesetz, dann bleibt, ob die Praxis von objektiven Gutachtern zertifiziert ist oder nicht, dann bleibt die Menschlichkeit auf der Strecke. Beachtet man aber die Menschlichkeit auch gegenüber Ausländern, das Prinzip der Humanität, gegenüber Ausländern, die bei der Einreise ihren Pass weggeworfen haben und damit für die deutschen Kommunalbehörden, die wiederum an die Gesetze des Bundes und der Länder gebunden sind, ihre Identität, ja ihre formale Existenz verloren haben, dann benötigen die Kommunen mehr Geld. Ein Spagat, der einer Stadtverwaltung das Regieren wahrlich schwer macht. Leichter wird es nicht durch eine Wischiwaschi-Opposition. Eine Opposition, die offenbar den Staatskommissar einer eigenständigen, freiheitlichen Entscheidung und der Wahrnehmung des Königsrechts des Stadtparlamentes, die Entscheidung über den Haushalt vorzieht. Es ist ja auch einfacher, als alles gleichzeitig zu fordern. Sowohl einen ausgeglichenen Haushalt, als auch gleichzeitig Anträge auf neue Personalstellen für zum Beispiel Streetworker, mobile Drogenberater, Klimaschutzbeauftragte zu stellen. Nicht aber Sozialhelfer für Asylbewerber. Asylbewerber ist nicht so populär. Für die gibt es derweil keine Mittel, um zwangseinquartierte, abgelehnte Asylbewerber vor ihrer Abschiebung gegenüber kriminellen Mitbewohnern im Heim zu schützen. Weil Kriminalität nicht von gesetzlich vorgeschriebenen ärztlichen Untersuchungen festgestellt werden kann. Es muss wohl erst jemand von diesem verrückten Messerstecher ermordet werden. Dann erst dürfen nach deutschen Gesetzen ihn Polizei und Gerichte endlich erst aus dem Verkehr ziehen. Bis dahin werden psychologisch die Pelze gewaschen. Und am Ende sind wir alle nass. Wischiwaschi ist zwar schön, wenn man Verantwortung scheut, aber Klarheit und Wahrheit und Führungsstärke sieht anders aus. Deshalb bleiben wir dran. Wir werden auch weiterhin über Klarheit bei der Wahrnehmung von Verantwortung in Frankfurt berichten. Wir werden auch weiterhin gezündete Nebelkerzen kommentierend begleiten.